Ja, hallo, ich grüße dich jetzt zu diesem Video und es geht darum, jetzt mal nicht immer etwas wollen, nicht immer etwas lösen wollen, sondern dass du dich hingeben kannst in deiner göttlichen Präsenz. Wie meine ich das? Es geht darum, dass du wirklich fühlen kannst, spüren kannst, deine eigene göttliche Präsenz. Eine wundervolle Übung, die du machen kannst, ist, dass du dich auf den Bauch legst und die Hände über deinem Kopf in Gebetshaltung streckst und dabei einfach ein- und ausatmest und deine göttliche Präsenz fühlst, spürst und in dieser Position kann man wundervoll ausatmen. Ja, übergib es deiner göttlichen Präsenz, fühle deine göttliche Präsenz, denn hier kannst du es einfach übergeben, deinem höheren Selbst, deiner Göttlichkeit und du wirst fühlen, spüren, wie das sogleich Erleichterung bringt. Sollten Gedanken aufkommen, steige nicht in Geschichten ein, sondern fühle und spüre deine Atmung, gib dich hin, atme aus, atme ein und wie gesagt, in dieser Position, wenn du auf dem Bauch liegst, die Hände über deinen Kopf in Gebetshaltung streckst, ausgestreckt, da kannst du wundervoll ausatmen, fühle deine Kraft, deine Präsenz, dein höherer Selbst, fühle deine Göttlichkeit. Übe es, du wirst sicher ganz schnell Erleichterung fühlen in deinem Körper und es wird dir Freude bereiten, wie kraftvoll, wie einfach es ist, mit deinem höheren Selbst, mit deiner Göttlichkeit in Kontakt zu kommen. Ich wünsche dir dabei ganz viel Freude, eure Janett.